Der Westwall, die Siegfriedlinie, 18.000 Bunker, Höckerlinien, Panzergräben, Stollen. Jede Arbeit formt ihre Männer, äußerlich immer und innerlich oft. Hier sind wir viele. Auftragsnummer B22, Stopp, Zahl der Kräfte 700 Bank, Stopp. Arbeitersoldaten seid ihr auf dem Weg in die Arbeitsschlacht. Böswillige Außenseiter schaden unserer Gemeinschaft und werden bestrahlt. In einem Lager in der Pfalz. 3,5 Milliarden Reichsmark, die Hälfte des gesamten Staatshaushalts. Ein 630 Kilometer langes Grenzbefestigungswerk. Unüberringlich. Aber nichts von dem. Freimahnsrebeln öffnen. Erstens, ihr Wohnhaus liegt im Freimahnsgebiet, das zur Sicherstellung der Beweglichkeit der Wehrmacht geholfen werden muss. Die Marschausrüstung der einzelnen Personen darf höchstens 15 Kilogramm wiegen. Er wird den Heimatboden mit allen Mitteln und allen Waffen verteidigen. Erstens, ihr Wohnhaus liegt im Freimahns ganska tiefomen. Vielen Dank.